Wir vertreiben in der Lagerhaus-Technik sehr viele heimische Marken, wobei wir da sehr großen Wert darauf legen, auf gute Qualität und saubere Verarbeitung. Ich bin seit 26 Jahren bei der Lagerhaus-Technik und bin verantwortlich für 120 top ausgebildete Mitarbeiter und dies in einem gesunden Unternehmen, das eines der größten im Bundesland Salzburg ist. Wir haben auch da ganz gute Leute, die das können, die da geschult sind, die das technische Wissen haben, um den Kunden auch so weiterzuhelfen, dass er dann zufrieden gesteht wird, das was wir auch schaffen, weil wir unsere Mitarbeiter regelmäßig schulen und immer am neuesten Stand haben. Ich lege sehr großen Wert darauf, dass das Wissen weitergegeben wird im Betrieb von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, wie zu Hause von Generation zu Generation. Das Wissen von Werner Ausgabe 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 Ausgabe